Wir beginnen mit den Beinen. Jetzt wollen wir die Flau im Rund dazu füllen. Rund. Versuchen, dass ihr sie neben uns absetzt. Sehr wichtig, dass der Winken nicht da ist für die Vareida. Hier können wir die Vareida positionieren. Wenn der Winken da ist, wird nicht funktioniert, weil die Frau großseitig die Vareida macht und das funktioniert. Die Führung für die Vareida ist die Bewegung umplatzt und weiter nach hinten. Hier, das heißt, die Frau nach hinten füllen, so wie ein normaler Brücke-Schritt füllen. Und die Frau wird schieben. Wenn wir die Frau auf ihre Achsel führen, gehen wir selber. Ab hier führen wir die Frau nach hinten. Wir bewegen die Augen weiter. Und hier passiert die Brücke. Langsam gehen wir raus. Die Frau macht die Reflexion. Und im Getreusesystem. Wichtig ist, dass wir in der Position über unten und nach unten arbeiten. Das heißt, der Herr hat uns kurz rechts abgestellt. Füllen uns wieder links auf unser Standbein. Und die erste Bewegung passiert von oben. Das heißt, wir versuchen nicht den Schwung von unten zu nehmen. Schwung brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir machen dieses einfach in unserer Dissoziation. Jetzt auf den Baden gehen und nach. Hier, wichtig. Wenn wir angekommen sind, nicht gleich auf irgendeinen Punkt nach hinten gehen, sondern so weit, wo der Herr ist. Und jetzt, wenn er uns in die Vareida führt, dürfen wir nicht von hier nachgehen. Das heißt, wenn die Schwung geht nach hinten, nicht das. Sondern richtig den Bauch nach hinten ziehen, am Platz strecken, ohne die Hüfte zu bewegen. Die Hüfte bleiben vorne. Der Mann führt auf unsere Achse, kommt auf uns zu und setzt uns ab. Kommt weiter auf uns zu und wir spüren sein Gewicht. Wichtig, links ist frei. In dem Augenblick machen wir eine kleine Verziehung und bezeichnen unseren Fuß. Und wenn der Mann uns weiterfühlt, strecken wir am Platz und es geht im gekreuzten System weiter. Rettung. Rettung. Vielen Dank. Vielen Dank.